moin moin und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge cuphead für die switch und ja wir machen direkt weiter und gehen jetzt glaube ich mal hier in diese pyramide rein ja das machen wir einfach mal die achte waren gemacht zack hier ein pyramiden gefahr und mann gespannt ein aladdin kann der mir her die scheiße das ist nicht so leicht wir sind ganz so schwer er ist immer gesicht durch sie ganz witzig aus der wo es abschließender schon mal gut schnell den partner schneller ein paar davon ja das können wir auch wir haben und jetzt das ist ein pinocchio keine schwerte mehr und da ist daraus geflogen aber ein diamanten alles dass ich kann schön vor dem stehen bleiben weil die nicht hin zu fliegen hin zu mir fliegen was tun die okay ich kann die nur so ist ja voll beschissen die schwerte aber cooler die schwerte wieder haben die auf mich zu macht absichtlich weil er weiß ich das nicht kann ach ich kann den typen nicht so schlimm und fliegen kann obwohl nach dem trotz getroffen ich kann mich nicht berühren mit klingen darf ich nicht berühren geht ja auch noch Ok, aber den haben wir schon geschafft. Das ist gut mit der Bombe. Lass uns mal für den aufbewahren, damit das Ding schneller durch ist. Ok, jetzt kommt wieder das mit dem... Ok, er schießt ein paar Mal auf mich. Der steht dahinter, steht auch noch. Ach scheiße. Na, scheiße. Na gut. 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 Du bist auf. Wer da? Ganz ist schlimm. Ok, natürlich, wenn sie sich treten, ist es besser. Mal gleich mal. Mal. Ist hier? Komm. Komm. Wo wir weiterkommen auf deinem Leben. Oh Gott. Oh Gott. So, komm her. Akkophag. Der ist ja echt schnell erledigt, ne? Das hat natürlich noch ein Leben, das kommt natürlich nicht so weit. Aber... Und was ich hier noch so schaffen kann. Oh. 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 Ok, das ist ein bisschen ausweichen, manöver mir angesagt. Aber das sollte man hinbekommen. Oh. 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 Okay. also diese diese gucken wie wir das machen können wir diesen schatz zu dem nein das habe ich aber richtig nicht getroffen ehrlich ehrlich das fies ist nicht mehr das gleiche kommt zu beginnen wir treffen die mich immer egal was ich mag das klingt nicht immer wieder das geht so nicht das kann man nicht wie man dort so lange beziehungsweise so lange haben wir zu nicht leben leben brauchen wir nun mal das ist doch kacke gut ich sehe mir oh man it's also a bit time from the Indara oh shit Mist, nur ein Leben das ist jetzt echt mit dem Genie hier ist es echt nicht so spaßig gerade oh oh man, der nervt mich vielleicht gibt's auch gar nicht ah nee man weiß genau was man machen soll und macht trotzdem die ganze Zeit nur Fehler wie normal doch eigentlich müssen wir wollen wir doch schon alles weiß müssen wir doch eigentlich null Fehler machen wir haben eigentlich gleich geschafft wenn wir jetzt nur auf den rausballern wenn man rauskommt PIN fliegen und die Bombe zu sich hauen das ist doch eigentlich schon dann ging's gewesen sein genau das war eine gute Taktik das machen wir jetzt jedes Mal so das klappt haben alle drei Leben bei ihm hier das ist nicht ganz dumm anstellen wir wollten es auch lassen da mal durchzukommen oh komm schon jetzt haben wir noch eine Superbombe oh 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 ah wir haben fast am Ende guck mal das ist fast das Ende fast das Ende okay a great now go oh 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 das haben wir richtig viel ähm richtig gut aufgepautet können wir ihn theoretisch gleich erledigen oh nein kommt der andere fährst raus oh es klappt doch aha ja gut Gut. Komm schon, komm schon. Okay. Yes! Da haben wir ihn. Blöder Kasper, blöder Kasper, blöder Kasper, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Da freue ich mich ein bisschen. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Und? Aber ich bin eine B-Typ, ne? Schon mal angefangen. Ich bin so eine B-Typ. Machte auch nichts. Mir geht es erst nur um das Spiel zu schaffen. Mir geht's gleich um alle Items einzusammeln. Auf 100% spricht es bestimmt nicht das Spiel, denn glaube ich, würde ich mir die Augen auskratzen. und mein Joypad Monitor, Fernseher und alles Jimmy den Großen haben wir auch schon so, wer fehlt uns überhaupt noch es fehlt noch Grimm Zündholz ok gut ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, tschüss bis dann, tschüss